Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Hochschulangehörige, liebe Studierende, liebe Freundinnen und Freunde der HTWG Konstanz. Mein Name ist Sabine Rhein und ab Oktober werde ich die neue Präsidentin der HTWG Konstanz sein. Die Rolle der Präsidentin ist für mich eine ganz wunderbare Aufgabe, die mit großen Gestaltungsmöglichkeiten verbunden ist. 1906 war die Hochschule eine Lehranstalt für Ingenieure. Heute ist die HTWG breit aufgestellt mit interessanten Projekten und nationalen und internationalen Partnern und künftig wird die Hochschule Konstanz digital sein, nachhaltig und vernetzt. Natürlich weiß ich, dass hier auch Herausforderungen auf mich zukommen, aber für mich ist die HTWG Konstanz ein ganz besonderer Ort. Sie hat nicht nur den schönsten Campus, an dem ich je war, sie hat Professorinnen und Professoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Studierende und Kooperationspartner, die dieser Hochschule mit ganz besonderer Leidenschaft verbunden sind. Ich sehe hier ein großes Reservoir an Können, Wissen und Ideen und das werden wir für die Weiterentwicklung der Hochschule nutzen. Leben wir zusammen eine gute Kommunikation, ein respektvolles Miteinander und Toleranz. Lassen Sie uns die Hochschule gemeinsam weiterentwickeln und noch besser machen. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und ich freue mich auf Sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.